moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf philus tv eine weitere episode in unserem let's play together format ich habe ihn gerade zu Tode erschrocken vielen dank Kodiak der natürlich auch wieder dabei ist alter alter das war ein bisschen laut in meinem Ohr ich gucke jetzt mal an als ob das hier wie so eine Atomexplosion ist wir haben auf jeden Fall auch eine richtig lustige Physik ich mache jetzt den Tennisschläger kaputt wir sind auf dem Weg durch dieses nette ja nicht Loch durch den Felsspalt und suchen immer noch den kleinen Timmy und ich habe etwas Angst du sparst die ey wie schlecht war das denn warte mal wenn ich mit Licht mach mal dein Licht aus wenn ich mir mit Licht obwohl dein Licht war ja mein Licht war aus ja und ich hing dann so ganz gemütlich hier ok nice ich bin reingefallen hier geht es aber auch nicht lang wir sind Freunde Hallöchen was geht ab euch Jürgen kann auch mal Stöcke aufsammeln nice kommst du mal hier ran ey ja ich bin doch schon verwegs oh der ist tot der ist der leck was ist hier denn los ist das eine riesige Kerze oder was oh da ist schon wieder irgendwas dickes am trampeln das war ich sorry oder gut dass du selber dicken Witzel was beschwerst dich immer dass ich die Mobo mach selber dicken Witzel sie für ein komisches Gebühle das sind riesige Kerzen wie sagt mein Feuerzeug vielleicht befinden wir uns zu diesem Zeitpunkt auf einer riesigen Geburtstagstorte mir ist ein bisschen kaltmärkig ja könnte ich habe ich habe Hunger ich habe dir gesagt du sollst vernünftig Essen mitnehmen hast du wahrscheinlich wieder nicht immer noch ok ja komm dann gehen wir noch eine Runde schwimmen oh ne hier geht es ja weiter Flaschi mach mal ein Feuer wie ist eine Kaserde äh Feuer wie soll ich ein Feuer machen oh hier geht es runter ach hab ich doch gerade gesagt du Horst ey so wie immer ey hier geht es runter ey hier geht es runter ich hab dich nicht gehört ich hab dich nicht gehört oh mich ist aber echt ein bisschen kalt uuuhuuhuuhu ich muss jetzt ein Feuer machen hier ich frier mir den Arsch ab das ist so ne Drecks Pussy mein Charakter das ging mir echt auf den Sack äh passt sich halt zu einem feuer und ich habe Feuer gemacht ja auch äh kurz vor knapp ich hab schon das erste Mal Schaden bekommen äh was war's du bist doch doof ey oh was war's oh mein Pfeil oh nein mein Pfeil ist in den Felsspalt geschaut ja let's go let's go oh ist dunkel hier ah jetzt muss man hier wieder klettern oh wie soll ich aber auch dazu zwingen dass man hier alles an Equipment benutzt was man im Spiel findet ey müssen wir gleich wahrscheinlich noch mit dem Pfeil und Boden auf irgendeine Zielscheibe schießen um irgendeine Tür aufzumachen oder so warum bist du eigentlich ein ekeliger Pessimist und das hat mich das Leben einfach gelehrt du was soll ich dazu sagen hallo 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 wir haben uns schon Kerzen angemacht zur Begrüßung das ist immer lieb oh hier geht's hoch aber hier geht's nicht weiter aber ich hab mir den Fuß gebrochen hüp und hüp das ist aber echt hübsch hier also das finde ich irgendwie relativ sexy gut dann mach ich doch erstmal hier eine Fotosession okay was war das oh hä wieso hab ich denn jetzt hey warte auf mich ich will mitmachen warte warte du schnetzelt schon wieder ohne mich da kommen wir schon mal vorbei hier sind noch mehr hier sind noch mehr ich geh auf Nummer sicher easy ich kann mal was trinken erstmal eine leckere Cola ich mach hier erstmal ein Feuer und verbrenn die Kadaver warum hast du schon wieder keine Rüstung oder was irgendwie hab ich Bock ich dachte gerade da hängt ein riesiger Drache an der Decke aber das war nur ja ja das ist Mauck Mauck wohnt hier auch noch wir sind in Mittelerde gelandet was machen wir hier hin oh da unten sind auch noch zwei wieder hallo alter hast du mich gehauen Junge oh der hängt fest warte ich hab ihn befreit aber ich glaub das fang da nicht so was für immer für immer für immer eine Runde schwimmen der Junge schwimmt so was hab ich da jetzt nochmal hier hab ich noch ne Rüstung dabei oh juck oh juck oh juck ist da auf ist mir nix drin zur Verschwendung von Zeit und Dingsda hier kann man abspeichern soll man abspeichern im Fall der Fälle dass wir gleich das zeitliche segnen so liebe Leute wir hatten gerade ein kleines technisches Problem daher setzen wir die Aufnahme jetzt vom Speicherpunkt fort und begeben uns weiter die Höhle entlang der kleine der kleine Kodiak ist natürlich auch wieder dabei ja was hat Floschi wieder was hat Floschi wieder Floschi hat sich nur auf seinen Stuhl gesetzt und da lag das Klan Kabel drunter da musst du jetzt mal los auf ein neues kaufen weil das zerstört wurde WLAN Kabel ja genau das WLAN Kabel das berüchtigte eine Metalltür wir wollen das hier ein bisschen romantisch gestalten oh ja ich hab schon wieder vergessen das Licht anzu so hell so hell nein ja gut dann lassen wir es tschüss mach halt hier ist noch eine Nachricht hier ist noch eine Nachricht guck mal hier war noch ein Bild oh das boah ich glaub das soll einfach diesen Tunnel hier zeigen ins Auge einmal rein mit der Karte ne doch nicht erhält sie nur davor wie langweilig oh es wird geladen es wird geladen das Spiel ist abgestillt ich glaub auch abgestillt hallo junger nett dieses Gestampfe hier ne du bist nervös hallo das ist ziemlich freaky muss ich sagen hallo oh hier ist noch eine Farbe hier ist auf jeden Fall ein Seil wo wir hochklettern können hier wo ist denn schon wieder ach ja ist irgendwie logisch weil sonst können wir noch nicht weiterkommen you know what I mean you know what I mean oh warte warte hier sind nochmal ein paar Knochen mal Platz da Fetty hey hoff ich Fetty zu nennen sorry Dickie weiter gehts weiter gehts la 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 mal nicht so schnell ich bin dick und ich brauche länger hier geht es runter das hat mich jetzt gerade ein bisschen an Division ey wieso? ich stehe mir gleich wahrscheinlich auch in irgendeinem Regierungsbunker oh oh hier sind noch mal ein paar Sachen Megan School Foto ok toll und jetzt noch mehr Farbe nice und Oxy ernehm ist ein Nitro Gem ok brauchen wir nicht was ist mit Megan? keine Ahnung kenne ich nicht also also ich hab's noch nicht geküsst ich schwör wo geht's hier lang? hier ist ein Gang hier hängt noch ein Lappen den Lappen nehme ich mit hier brauchst du nicht hin kommen hier ist nix hier hat irgendwer oder irgendetwas geschlafen kleine Megan hat hier geschlafen ok da geht's auch nicht weiter oder wie? ok 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 hallo? wie geht's noch weiter du Hegel? da hast du aber keinen Scheiß? du bist am Ende ein Scheiß Seil du Idiot ach Quatsch das war da gerade noch nicht dann ist das ne 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 das ist ganz klar erst raus gekommen als ich schon hinten war ganz klar definitiv ja das habe ich hätte ich gerade gesehen ok die Insel scheint echt freaky zu sein hier essen wir da erstmal das Toast was hinten läuft hier das erinnert mich immer mehr an Lost nein hier kann man sich Snacks kaufen geil lecker Schokolade lecker Schokolade nice ich habe noch was zu trinken danke ah hier ist auch noch was zu essen die Bar ist ja ekelhaft wieso habe ich das nicht gegessen oh jetzt nicht oh hier ist liegt noch Geld und noch ein bisschen Alkohol machen wir noch eine kleine Party bevor es zum Boss geht wa? oh yeah ja hallo ist es jemand? oh noch mehr Geld ah nee geh mal weg da was ist das denn hier für ein Gebilde? Toblerone ah lecker da geht es nicht lang Dicke geht es auch nicht lang Dicke rennt hier oben Dicke rennt mal die Tür ein Dicke rennt hier oben hoch haha Dicke ist so lokal wow wow you are so epic thank you so much ich komme wieder hier her Floschi I'm short behind shot oh ich habe mich verletzt ich glaube ich habe mir die Beine gebraucht sehr schön das ist ein bisschen freaky man die legen einfach Gedärme mit einem Spielzeug drin ich glaube ich habe kleine Babys oh yeah ich mag kleine Babys am liebsten auf Toastboard hier liegen einige kleine Babys da kommen sie hei 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 ja hei ja hei ja hör auf zu krabbeln du Bastard oh ja kann ich den jetzt hier eigentlich an die Wand anbringen? die stehen doch gleich bestimmt noch wieder auf hier oder? reservationsraum hallo? na die sind tot iiii guck dir das mal an warte ich komme was zum geier alter was geht in den Entwicklern vor denn willst du Spaß haben? ja alter hier ist noch ein Tentakel im Bett nice sehr geil sehr sehr geil echt schon ein bisschen ja es ist freaky wir haben es verstanden Floschi äh was war das? wow big boss motherfucker tja das war wohl nicht naja big boss glaube ich nicht aber ich habe mich kurz eingecotet bah das ist ekelhaft du bist ekelhaft du bist ekelhaft jetzt haben wir hier verschiedene Wege hier liegt auch noch so eine Gestalt oh ja oder wie viele Observation Rooms haben die denn hier? F G oh guck an da ist irgendwas da ist irgendwas falsch gelaufen glaube ich also das Experiment ist ein bisschen in die Hose gegangen hier guck dich sogar noch ein Auge an das sieht so ein bisschen aus wie äh wir gucken ganz viele Augen bei man in black als äh weiß ich wie es heißt so ein Fugens sehr schön sehr sehr schön also mir gefällt diese Anlage hier sieht aus wie so ein kleiner Hobbykeller von mir vor allem guck dir das mal hier an jetzt wäre das so hier äh hier gibt es dann mittags immer schön die Tabletts zum Mittagessen mit den komischen Körpern drauf letztlich lege ich mega nur die Frage ist was ist hier passiert noch ein Bildchen Labor Blümchen bei Megan nice oh jetzt kommt noch Musik ich glaube Megan malt gern oh ich sehe gar nichts hallo wo guck mal hier steht sogar der Name von diesem komischen Tier das ist ein Armsy oh jetzt ist weg hey ein Armsy hier ist noch nur ein Dokument abzuholen irgendwas ist hier am kreischen aber was und wo vor allem wo hast du das Dokument äh in dem Raum nebenan direkt ah ja hier drin blitzt es cool hier links was blitzt hast du nicht den Donner gehört ne hallo mach mal die Tür auf hier in dem hier was ja nah hin mein Gott du bist echt ein Opfer ey hier links da komm her wir setzen uns jetzt erstmal in Ruhe und unterhalten uns ja also folgendes hat sich zugetragen ich war hier unterwegs und dann war da eine große Tür da bin ich durch ja und dann 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 so hier ist noch was noch ein Bild hier sind Zombies hier sind Zombies hier sind Zombies in welchem Raum warst du denn der hier oder was ist egal nö ich würde dich auch haben ich glaube das ist ein Special Zombie der hat einen Stock in der Hand ja ey ich bin hinter dir ja ja wie gehts noch was zu essen wow Special Zombie Special Zombie kaputt sag ich ja nur der hat quasi auf die Kauleiste bekommen hei über dieses Spielzeug gehts hier weiter ja hier gehts weiter oh hier sind wieder so ein paar von diesen komischen Quietsche Entchen Quietsche Entchen oh oh hei ja oh 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 der ging daneben tschüss ja gut schön dass wir drüber gesprochen haben ne ja das ist echt oh da ist irgendwas dickeres irgendwo in der Nähe jetzt noch mal ein bisschen Stoff noch ein bisschen Stoff glaub ich muss noch wieder Licht anmachen wo gehts denn jetzt hier lang ah hier lang äh ok schön mal schön mal deine Base ok ich hab ein bisschen äh Angst ich glaub der Zug kommt ich hab eine Kassette sexy gehts hier weiter nee ups was hast du da kaputt gemacht Alter bist du behindert oder was ups ich glaub ich hab außerdem diese Ventile abgeschlagen das brauchen wir nicht schon wieder irgendwas hier brauchen wir wieder irgendwas an der Kacktür da was denn ja das äh kann ich dir auch nicht sagen ich hab mir nochmal bunt angemalt ist hier noch irgendwas drin hmm Guck mal hier hier sind ein paar Brutkästen nochmal ein bisschen Farbe hier gehts leider auch nicht weiter tja hier ist noch ein Foto Bild haha cooler Hinweis hier hast du den gelesen? was denn? ich hatte den in der Hand aber ich hatte kein Feuer in der Hand an den Drucker was steht wahrscheinlich denn drauf? ja da stand sowas drin wie dieses Gerät ist dazu in der Lage ein Flugzeug zum Abstuf zu bringen also auf Englisch ich weiss jetzt den englischen O-Ton nicht mehr ja ok tja komm hier nicht durch was soll ich das war dieses komische Artefakt hier das hier für ein Symbol ach guck hier hier ist doch irgendwas hier ist doch irgendwas neu hätten wir mal ran gehen müssen jetzt öffne ich das Ding oh ja oh das Timmy was geht ab Timmy boy wir haben Timmy gefunden würde ich sagen Schluss wa? oh ist das Timmy? das ist Timmy machst du mit Timmy keine Ahnung ich hole den, ich glaube ich raus du fasst ihn grade an ja ich streiche den oh nein du bist eh ja er will ihn küssen ih liegt der da an den Stacheln oder wat? ey das ist aber ganz schön gemein du ich habe Timmy gerettet jetzt wird er erstmal hier an die Schläuche angeschlossen hast du noch eine Wutkonserve dabei Floschi? ja warte ich hole nochmal welche schnell die müsst ihr ihm gleich in die Nase füllen ja so funktioniert das bei Erste Hilfe ich glaube auch genau erstmal das Spielzeug in die Hand drücken richtig dazu diese geil angemahlten Hände ich kümmere mich um mein Kind sieht man das nicht du schließt jetzt nicht die Schläuche an ihn an oder machst du jetzt nicht ernsthaft doch macht er ok würde ich auch machen weißt du legst dich auf so eine Bahre und schließt einfach mal irgendwelche Schläuche an aber die Mucke ist geil ich kämpfe jetzt mit dem Tennisschläger ach das ist glaube ich auch ein Kopierer neuer Eintrag in der To-Do Liste ich glaube du sollst da reingehen äh finde ein neues Opfer steht bei mir jetzt wow ja Floschi du bist der dickste von uns äh oh jetzt kann man auch hier lang Floschi ja wo ist der Rest jetzt auch fast wir können hier so ein Zombie da einfach reinpacken moin ey Gollum komm mal her komm mal her ihr Bahnen wir brauchen noch wir brauchen noch ja sicher ja mal her und halb und vorhahn und rückhahn Dein Junge stirbt mal endlich soll mal kurz gucken ob der vielleicht geht der ja hier Tonis kommt Deluxe hier weißt du vielleicht kann man den dann schon da rein ja gut kann ich rein klappen genau das wird bestimmt passieren ja ja weißt du es was hüpp 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 leider nein die Maschine sagt nein naja das auf ähm millionen Tag ok ok wir finden schon ein Opfer ok wo ist das Opfer und falls schupp ich den Ding da raum erst mal einen Schluck Kaffee jamm 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 ich mach ne Pause ey hast du noch irgendwas hier ist ganz schön viel Medizin auf jeden Fall ne hier ist nichts nice ich hab gelernt man soll die Dicken arbeiten lassen ach wieder am chillen na klar ja gut komm ich helfe dir noch ein bisschen sonst wird das ja nix wenn man sich auf den Flaschi verlässt ist man verlassen richtig ach hier ist mal wieder ein Büro haben wir schon lange nicht mehr gesehen ach ein Büro cool oh ne Kaffeemaschine Flaschi oh hier kann man Kaffee gesaufen hier ist nochmal ein nice Foto von Daddy Daddy's Böse oh ich würd hier nochmal kurz meinen Wasserschlauch auffüllen wenn das geht geht das ne leider nicht schade 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 jutsch ähm gut dann machen wir mal weiter da musst du mal was geht hier weiter wo hast du denn das Foto gesehen wo wirst du denn komm ich bin immer noch in dem Raum drin hier gehts noch hinten auch noch weiter wo musst du denn jetzt wo war das Foto verdammt Flaschi keine Ahnung wo war das Foto ohne Foto ich glaube hier irgendwo meine ich ja weiß ich nicht ich weiß ich nicht ich weiß ich nicht ich hab einen Scheiß drauf wir gehen hier weiter ich will jetzt den Scheiß Boss kehren wo willst du denn weiter hier dann von hier sind wir doch gekommen wir laufen grad im Kreis ja nee soll ich hier grad am chillen ja hier war ich grad am chillen du hast recht witzig aber wir sind nicht von da gekommen das ist falsch doch wir sind von da gekommen nein wir sind von hier gekommen also wir sind aus der Richtung gekommen das wäre korrekt aber was zum geier jetzt sind wir ja auch noch im äh hier wie heißen sie nochmal x-men oder was kannst du mal hier noch das Glas kann man da drüber laufen probier mal aus scheiß ich dachte du schlitzst ab haha juhu oh ja was ist das hier für eine komische scheiße ey ich schwör dir wenn ich immer mal im Lotto gewinne brauche ich mir auch so ein Rauch find ich ja wohl mal mega geil ich glaube ich muss noch mal kurz ein bisschen was essen für Schokoriegel muss noch mal kurz dran glauben jam 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 ja super bumm die bricht gleich alle sein ey was geht hier was ist das Opfer hör auf ups sie mag grad so schön sie mag grad so schön ach guck an du jetzt hast du die Sequenz das ist natürlich sauerdumm du hättest du eigentlich mich das machen lassen sodass ich jetzt mal das schön filmen können wie du dich an dieses arme kleine mädchen ran schleichst alter sie sieht aus wie ein scheiß freak guck mich mal an kann ich nicht angucken komm du bist also ein Opfer komm kleines Opfer warte ich nimmt der Papa jetzt mit komm der Papa zeig dir mal den richtigen Haar war Floschi warte kannst du nicht bringen ey müssen wir raus pieken nachher was ist los was ist los oh du hast die getötet alter ok 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 ich hab mir grad leicht in die Hose gekackt ich switch mal kurz zu meinem Bogen ich kann mich ja gar nicht mehr mit wo 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 du hast ne Pistole ne du denkst dran ja die benutze ich jetzt auch hast du schon wieder ne Kugel in die Fresse bekommen schluckt meine selbst gebaut neun Millimeter Kugel es ist hinter dir her sehr schön jetzt hab ich Zeit Damage zu machen ja du musst die ganze Zeit treffen in dein Arsch ich frage mich ob sie ich laufe ist sie hinter mir her ja ist hinter dir her jetzt hinter mir jetzt hinter mir ja ich komm in dein Gesicht du Hure hinter dir ne in dein Gesicht oh so was zum Teufel war das ne jetzt können wir den Buddy hier aufnehmen da da kann das sein dass die Waffe ein kleines bisschen overpowered ist I don't know aber nichts anderes hab ich erwartet dafür dass man die dreieinhalb Minuten nachlädt ja ok der Bosskampf war ich sag jetzt mal mäßig interessant ich mein wir sind halt auch einfach sehr gute Spieler das darf man halt bei sowas auch nie vergessen aber richtig kann man hier die Abkürzung nehmen ja sicher die sind doch gerade schon lang gelaufen was hast du denn für eine Orientierung ist denn du musst mal ganz ganz kleine Brötchen machen die größte Frage ist ja ob ich die jetzt mit der Pistole in Headshot verpassen kann weiß ich nicht ich frag mich warum hat man das Mädel hier in äh äh Glasichtfolie eingetragen frisch alte Folie soll frisch bleiben damit äh sie Timmy die Lebensmittel die spenden kann ok dann viel Spaß bis später mach mal den zu den Kasten da ja ich bin da oh toll jetzt hast du die ja nicht mal richtig reingelegt ey wie stand da ein Live Sample was du bist so ein Opfer ne hast du grad ein Foto gemacht von ihr mit meiner Handy Kamera du hast ne neue wir haben neue To-Do-Liste lies mal lies mal hier auf jeden Fall lang mit der Karte ich bin da ein lebendiges Opfer toll jetzt hast du es auch noch sterben lassen auf dem Weg das ist so schlecht ey du musst erstmal was essen hier erstmal ein Stück Schoki ja ich esse auch nochmal ein Stück Schoki vielleicht war das ja noch gar nicht der Endboss maybe vielleicht kommt ja jetzt gleich nochmal irgendwie so ein Drache oder sowas ja ok aber warte mal ich hab da ne Idee nein jo ah scheint nicht zu klappen geh mal weg da ich geb das mal ans Schloss weg tschüss ich glaub es geht hier her ok wir haben allerdings jetzt die 25 Minuten auch wieder erreicht ja ähm Frage ist Break oder ziehen wir es durch weiß nicht wie lange das noch dauert komm wir ziehen's durch komm machen wir mal eine richtig schöne lange Folge für unsere unsere treuen Fans ohja sheriff deine Mutter meine Mutter ähm hier ist glaub ich die Anstattzentrum lass den mal ja doch ja toll sind wir mal wieder in der Höhle sehr schön waren wir auch schon lange nicht mehr drin flieg hier müssen wir wieder diese komische Kralle da benutzen auch hier die ha und auch was ist das eine Runde gegangen kommen alles klar also das heißt jetzt gleich ein lebendiges opfer finden da müssen wir das hier unten durch den tauchtunnel zurückbringen ja aber es sieht kein taucheranzug an aber vielleicht hat es ja eine taucherbrille wenigstens das wäre doch was ja kann man es unterwegs mund zu mund behaupten riesiges gebilde voraus ich glaube es nur boot neuer eintrag auf der to do liste wiii und hepp das lehrer ist ok jetzt hole ich die Taschenlobe raus ist mir jetzt zu dumm hier ach Taschenlobe ist leer warte ich muss die Batterien wechseln aber lächerlich wie schnell die leer ist ey so jetzt hab ich wieder hier ordentlich ok was hier passiert was ist hier passiert ok 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 Reki oh das sieht mir nach Endboss aus ich glaube das war gerade gar nicht der Endboss hallo 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 stich hier so einen Mülleimer mitten drin weißt du was ich glaube wir bauen jetzt doch nochmal unser Zelt auf speichern nochmal ab und dann machen wir hier den Endboss platt weil das sieht hier mir irgendwie ein bisschen komisch aus ja ich habe keine ich habe keine Stöcke ja dann wird es wahrscheinlich eng ich muss mal gucken ob ich noch genug Stöcke dabei habe 14 könnte eng werden 14 reicht genau ich habe keinen Stock mehr im Inventory tja dann hat sich die Idee jetzt auch erledigt cool aber hauptsache du hast nochmal ein paar Pfeile hergestellt ich habe keine Pfeile hergestellt ohne Stöcke kann ich keine Pfeile hergestellt ja ja oh ne schon wieder irgendwo durch ich verliebe komplett den Überblick zum Geier sind wir ich habe auch ein bisschen Angst ah ok hier geht es wieder in die Station kurzes Intermezzo ah da warten Köpfe auf uns moin lass mich erst mal wieder eine Waffe da haben hier liegen wieder ein paar Tote ok sieht cool aus hier alles schick das ist auf jeden Fall Kunst alter chill mal ey es geht hier ab und leicht asozial alter jetzt liegen hier ok ich habe ein Kreuz im Mund ok 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 na gut dann äh alter das hier ist aber auch ganz schön asozial mit dem Bohrer im Kopf er hat warte ich komm gucken ich komm gucken when I grow up I want to be a lawyer zzzzzzzzt na gut du ne er hat äh er hat das finalisch hinter sich ja ich hatte da Kopfschmerzen ich glaube der hat immer noch Kopfschmerzen ich glaube der hat immer noch Kopfschmerzen und wollte schon mal nachbohren was genau das ist ach ja gott sei Dank auch hier noch oh das war glaub ich hey komm jetzt mach den Koffer auf ich will wohl Dynamite hä hast du jetzt irgendwas kaputt gemacht ich weiß erinnert mich an irgendwas erinnert mich das an irgendein spiel das ist eventuell uns mehr zu essen mitnehmen soll ich gerade so eine runde fahrstuhl wie lange fährt der aufzug ich könnte wohl noch ein bisschen panzer umgebrochen weißt du wolltest ja die knochen nicht verbrennen okay sind wir nach oben gefahren okay also grafisch ist das natürlich absoluten witz aber ich darf ja nicht motzen ach komm die station hätten wir wohl gesehen da unten ist unsere base willst du mich verarschen oder was was geht hier ab was ist das für ein ding also ich bin bei lost erst in der dritten staffel aber ich gehe mal ganz schön davon aus dass ich dieses spiel von lost hat inspirieren lassen das unsere base flasche kommt mal dass unsere base ach guck mal hier soll man nochmal ein flugzeug abschließen lassen ich drücke einfach mal okay du musst noch mal aktivieren so dann holen wir uns mal ein flugzeug ne gut dass er das feuerzeug die ganze zeit noch in der hand hat jetzt drückt den knopf drückt ihn drückt ihn ja nun mach ist du weichei Beep! Okay The Ring of Five Alter, wie laut das ist! Minimal, ja. Wir fliegen immer die Ohren weg, ey! Boah! Halt so wie nen schwarzen Bildschirm. Ich auch. Okay. Aber ich höre etwa. Ich fange jetzt von vorne an. Wir sind im Flugzeug. Eigentlich... Das war jetzt aber nicht gerade der Bossfight, oder? Ich glaube, das wird es wirklich gewesen sein. Abwarten, abwarten. Ich habe eine geile Axt in der Hand. Haha. Ich habe eine geile Axt in der Hand. Haha. Ich höre mir jetzt so leichte Zuckung am Mundwinkel. Kann das sein? Ja, das sehe ich auch gerade. Ich glaube, der hat einen leichten Apoplex, ey. Schau, du kannst auf dem Cover sitzen. Ich fühle mich, dass du wirklich die Linien hier zwischen Fakt und Fakt. Oh, ist das ein Axt? Hey! Wollt ihr alle eine Demonstration? Ja. Wir haben eine Axt in den Kopf. Komm schon. Komm schon. Muss ich Holz hacken, oder? Was ist das für ein Schwachsinn? Komm, hack Holz. Hack das Holz. Hack das Holz. Hack das Holz. Nein. Wir sind ja total begeistert, die Zuförer. Wahnsinn. Die 25, die da sitzen. Ja. Timmy ist immer noch am Zocken. Oh, oh, oh Gott. Wo ist die Kettensäge? Wo sind die Zähne, die ich da drauf gemacht habe? Wäre geil, wenn jetzt das Viech da rauskam. Alter. Hast du ein Breakdance gemacht, oder wie war das? Juniormeister. Heu, meine. Heu, meine. Ins Gesicht. Hast du Ton? Hey. Timmy, hast du gesehen? Axt in den Kopf. Ja. Hey. Ah. The Forest. Errungenschaft freigeschaltet. Survive the Forest. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Ich glaube auch. Also der Bosskampf, der hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Ja gut, wir hatten halt Atomwaffen, ne? Oder was? Oh, ich gehe weiter. Duschen. Hoffentlich sehe ich gerne den nackten Frauen. Alter, kann aber auch. Das ist wie ein nackter Kerl. War cool wieder. Ach, der ist schon direkt angezogen, okay. Ja, das war der Badmann, der sich gerade geschnappt hat. Ach, das ist Timmy. Ja, könntest recht haben. Also ein bisschen Schnaps. Boah, der Whisky. Nee. Okay. Das sieht ja nach dem zweiten Teil in der City aus, oder? Haha. Ja. Survive the City. Ja, der zweite Teil heißt dann The City. Richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert von dieser cinematischen Endszene. Heißt das? Ja. Jetzt sind wir am Ende. Ja. Ja, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Wir haben The Forest durch. Wir sind am Ende dieser Staffel, sag ich mal, dieses Spiels. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ciao. 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 Ciao.